Musik Herzlich Willkommen zu einer Sondersendung aus unserem Studio live in Wobingen. Wir möchten Ihnen heute nicht darüber berichten, dass der Kölner Dom um 360 Grad gedreht wurde, dass der Schiefeturm von Pisa umgefallen ist oder gar das erste Flugzeug am Berliner Flughafen gestartet ist. Nein, wir berichten von den wirklich wichtigen Dingen. Die Stadtkapelle Wobingen wurde zur Cold Water Challenge herausgefordert und lässt sich dabei natürlich nicht lumpen. Wir schalten live zu unserem Außenkorrespondenten Lukas ins Alkohol. Also wir wollen uns ganz herzlich bei unseren Musikfreunden aus Farran bedanken für die Nominierung. Wir sind sehr glücklich drüber und haben uns jetzt doch noch arrangiert. Bleibt vorab, wir wollen gern die Wertachtal aus Währingen nominieren, den Musikverein Klein-Aitingen und noch den nächsten Stadtverein aus Bobingen, den Musikverein. Ein Auto, ein Auto, ein Auto, ein Automobil, ein jeder soll sein. Einmal Frage. Einmal Frage. Ein